Ja, eben. Eindrucksvoll Guts-Man in die Schranken gewiesen. Jetzt überlege ich mir, wer jetzt kommt. Bomb-Man, Fire-Man, Alec-Man. Ah, der war Fire-Man, der hört sich sehr lustig an. Da-da-da, da-da-da, da-da-da-da-da. Yeah, der Sound geht schon mal derbe ab. Wey. Oh, das ist unfair. Yes. Der erste Level, bei dem ich viel besser starte als bei allen anderen. Hey. Jetzt hatte ich gehofft, dass die nur einmal kurz kommen. Schafft der das? Nein, ich riskiere es lieber nicht. Schafft er nicht, ja, war mir klar. Yo. Irgendwie, Fireman-Level ist recht. Einfach will ich es nicht nennen, aber... Er ist einfach doch. Oh, scheiße. Scheiße sagt man ja nicht. Oh. Äh. Habe ich eigentlich mal Rush oder so, irgendwie? Gibt's den hier? Gibt's da was? Ja, toll. Hey. Welch Luxus, Energie. Und dann in Hülle und Knüllefülle, Bülle. Jo. Ja, das ist ja so toll. Ich kann ja Megaman nicht sagen, lass dich fallen an der Leiter. Er hört ja nicht auf mich. Boah, weg hier. Der Level ist zwar an sich einfach, aber... Ja. Die Gegner sind da nervig. Nein. Ja. Ich lebe noch. Yes. Raus hier. Und jetzt bin ich tot. Wie soll ich noch durchkommen? Hallo? Yeah, Musik geht wieder, Style. Oh, cool. Ich starte hier drüben wenigstens schon mal. Schon mal an Anfang. B-b-bounce. Wow. Da kriegst du Energie geschenkt. Yeah. Ja, ihr scheiß Mistgeburt musstet ja jetzt sogar. Es ist nicht wahr. Meine Fresse. Jetzt sagt mir mal einer, wie ich da durchkommen soll. Was hab ich denn? Ich hab C. Okay. Ich hab G. Ah ja, Gutsman. Stimmt ja, der kann ja nix. Soll ich da dran schießen? Sliden? Kann er sliden? Nein, kann er nicht. Kann ich irgendwas? Nein. Toll. Super. Jetzt hab ich zweimal Schaden bekommen. Ja, was denn das? Für ne Zeppelin-Bombe. Wow. Das Ding platzt auch. Wow. Ich seh schon, dass ich da jetzt... Ja, nicht schon wieder. Oh, ja. Oh, oh. Ich werde verfolgen. Oh nein, er hält ja an, wenn ich aufhöre zu laufen. Warum springt der, ne? Ach, wie schön. Äh. Meine Fresse. Da-da-da-da-da-da. La-la. La-la-la-la-la-la. Bebounce. Bebounce. Achtung. Wave. Wow. Double kill. Shoot him up. Bastard. Ficken. Ich bin Megamann. Ich bin Blau. Und kann nix. Gar nix. Doch, ich kann in die Lava fallen und sterben. Äh... Oh, ein Leben! Ein Leben! Ja, komm doch nicht raus! Bleib doch versteckt! Ich habe ein Leben! Ein Leben! Ein Leben! Ich freue mich! Ein Leben! Ein Leben! Zwei Leben! Ja, da habe ich dich verarscht! Nee, ich habe mich selbst verarscht! Ja, super! Und raus, ja! Energie brauche ich nicht! Ich werde ja eh so gut wie nie getroffen! Hus, hus, keusch, keusch! Yes! La, 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 la! Schön, die Energie wieder voll! Ja! Ach, die Energie kommt wieder! Wie geil ist das denn? Ist ja mal geil! Dann mache ich mich hier erstmal voll, bevor ich weitergehe! Ist das geil! Ah, ich bin schon voll! Egal! Ist ja geil! Ja, super! Oh, oh! Ah, ne! Geht's nicht runter! Sehr schön! Ja, lava! Ja! 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 Ja, klar! So! Wieder bei der lustigen Stelle, an der ich immer Schaden kriege! Egal, was ich mache, ich bin Mega Man, ich kriege immer Schaden! Ho, ho, ho! Ja, nicht mal das schaffe ich als Mega-Maaan. Man, Mega. Ja, klar! Boah, fickt euch! Wer euch programmiert hat, gehört als Scheiße! Ah, Boom! Ich kotze. Ich. Ach ja, klar, hier wieder. Ja, stimmt ja. Ok, kurzer Schnitt. Ich bin gleich wieder für euch da. Ja.